Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den Transient Control. Ein Device, mit dem man Sounds, Transienten und die Hallfahnen oder die Fahnen an sich, nicht unbedingt die Hallfahnen kontrollieren kann. Was das ist, erkläre ich euch jetzt. Legen wir da einfach mal los. So, hier ist das gute Device und standardmäßig hat es wie jedes Device auf der linken Seite einen Ein-Ausschalter. Dann gibt es hier die Presets, da sind keine dabei. Dann ist hier der Name. Hier links weiter unten sind die Fernsteuerungen. Dann gibt es die Modulatoren und dann geht schon zum eigentlichen Device hier rüber. So, das Device hat hier einen Device Input, so was wie ein Sidechain, ein Signalgeber. Dann gibt es hier zwei Displays, da komme ich gleich noch mal darauf zurück. Einmal hier das oben und einmal hier das unten. Da sind eine gelbe Linie drin, eine lila Fliederlinie und eine türkise Linie. Und dann gibt es hier unten drei große Bereiche. Das eine ist der Attack-Bereich, der Sustain-Bereich und hier nochmal der Mix- und der Peak- oder der RMS-Bereich. So, bei dem Transienten-Control sollte man vielleicht grundsätzlich erstmal eines klären, nämlich was ein Transient ist. Ein Transient ist im Prinzip nichts anderes, wenn man hier zum Beispiel mal diese Wellenform hier anguckt. Nehmen wir vielleicht einfach mal hier eine mitten raus. Dann ist ein Transient nichts anderes als ein Bereich, wo die Lautstärke urplötzlich und ziemlich kräftig ansteigt. Das heißt, gucken wir uns zum Beispiel diesen Bereich an, ist die Lautstärkenveränderung bzw. der Lautstärkenanstieg jetzt ungefähr gleich. Und dann nehmen wir diesen Bereich und im Gegensatz zu diesem Bereich hier drüben ist hier die Lautstärke extrem angestiegen. Das heißt, der Algorithmus erkennt hier an der Stelle, hier ist ein Transient, nämlich genau fängt er hier an und wie lange der geht. Das entscheidet der Algorithmus bzw. das können wir entscheiden mit dem Transienten-Control. Und zwar geht es hier um den Attack. Der Sound, der hier zum Beispiel, vielleicht gehe ich doch nochmal zurück, das ist der komplette Sound. Nehmen wir mal einfach an, das ist hier der komplette Sound. Und der wird jetzt von dem Transienten-Control in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal in den Attack-Bereich und einmal in den Sustain-Bereich. Das heißt, in den Bereich, in den Attack-Bereich, wo der, wo die Lautstärke angestiegen ist, da kann ich einfach sagen, okay, der, das Programm sagt jetzt zum Beispiel, es ist ungefähr so lang, weil die Standardeinstellung von dem Attack, wenn man den hier ganz runter dreht, ist 31,6 Millisekunden. Das heißt, der Transienten-Control sagt, okay, 31,6 Millisekunden ist für mich ein Transient. Da ist für mich die Attack-Zeit. Und die Attack-Zeit kann ich jetzt einfach hier nochmal verschieben. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, solange, wie ich hier die Attack-Zeit definiere, solange tue mir einfach mal gar nichts. Sondern das ist einfach die Zeit, die du brauchst, bis irgendetwas passiert. Und der Rest hier ist die Sustain-Phase, hier der zweite Teil. Und in der Sustain-Phase kann ich genau dasselbe machen. Hier fängt die Sustain-Phase an und da kann ich einfach sagen, okay, und dann lass einfach nochmal Zeit vergehen, bevor du irgendwas hier anderes nochmal machst. So, um das jetzt aber nicht so ganz so theoretisch werden zu lassen, mache ich das gleich mal mit einem Hörbeispiel. Und vorher vielleicht doch noch eine kleine Geschichte. Und zwar gibt es hier noch den Peak und den RMS. Ich würde mal sagen, so ganz, ganz flapsig würde ich sagen, Peak ist so der nervöse Bruder vom RMS. Das heißt, bei Peak wird jede Lautstärken, starke Lautstärkenveränderung als Anlass genommen, ein Signal rein zu senden. Und bei RMS wird dann eher so der Soundbody betrachtet. Wenn wir das hier jetzt nochmal genau angucken, wäre RMS ungefähr immer hier oben ganz nervös. Jedes Mal, wenn hier irgendwas ändert, würde er anfangen, ein Signal zu senden. Und bei dem RMS würde er einfach sagen, okay, wenn es so hier ungefähr wäre, das, was jetzt hier so ein bisschen dichter dargestellt wird, würde er auf jeden Fall so als RMS benutzen, so dieser untere Bereich. Ich habe jetzt leider keinen Mauszeiger, aber wenn man so den oberen Teil des Cursors hier nimmt, wäre das hier so der RMS-Bereich. Und jetzt nochmal der obere Teil des Cursors wäre hier oben dieser Peak-Bereich. Dann würde er nach dem hier gehen. Das heißt, RMS ist eher so ein bisschen gemächlicher. Hier steht auch Slower Follows the Body und Peak ist dann eher Faster, Keying und Transitions. Also alles, was sich irgendwie hier verändert, würde er hier rannehmen. So, jetzt gehen wir aber einfach mal hier zu dem Beispiel. Ich habe hier einfach mal eine Drum Machine genommen und dann machen wir hier mal alles auf Normal und Verändert und Transition Control aus. Und hier läuft einfach eine Kick durch, mit so ein bisschen einer Fahne hinten dran. Wenn man sich das hier anguckt, wenn es nicht gefreezt ist, dann sehen wir so eine Welle. Wenn ich das hier anmache, verändert sich erstmal an der Welle nichts, weil ich hier auch nichts verändert habe erstmal. Gut, ich kann es von Peak normal auf RMS umstellen. Dann verändert sich hier was in den Displays, aber ansonsten erstmal nicht wirklich was. So, zu den Displays. Ich mache das hier einfach mal ein bisschen leiser. Zu den Displays. Das Display mit der gelben Farbe zeigt hier ganz einfach an die Attack-Zeit. Das ist die Attack-Zeit. Das heißt, das Programm, der Algorithmus erkennt, hier ist ein Attack. So, und jetzt kann, wenn ich hier die Time aufdrehe, dann sieht man, wie die Attack-Zeit länger wird. Das heißt, ich definiere jetzt einfach eine längere Attack-Zeit. Wenn die vorher hier nur so ein bisschen war, ist die Attack, sagen wir mal ganz übertrieben gesagt, jetzt so lang. So, zum Beispiel. Und ich könnte natürlich auch wieder kürzer machen. In der Attack-Zeit, und die minimale Attack-Zeit ist 31,6 Millisekunden, passiert erstmal nichts nach dieser Attack-Zeit. Das heißt, diese Time, die hier standardmäßig bei 31,6 Millisekunden losgeht, kann ich zum Beispiel sagen, nach diesen 31,6 Millisekunden hebt mir die Lautstärke an. Und je weiter ich die Time rausziehe, desto mehr wird die Time dann auch angehoben, äh, die Lautstärke angehoben, Entschuldigung. So. Und bei der Sustain-Zeit, das ist diese lila-fliederfarbene Kurve, wenn ich da jetzt die Time erhöhe, mach das mal heftig, sieht man, wie das hier auch länger wird. Und die hat gar keine Chance wieder ganz nach oben zurück zu kommen, weil dann schon wieder der nächste Peak kommt. Wenn ich das jetzt alles ein bisschen langsamer mache, und hier mal ganz nach links drehe, so dass die relativ kurz ist, die Sustain-Zeit. Oder ganz nach rechts drehen, wie da lang ist. Vielleicht noch langsamer. Dann sieht man, wie sich das hier ändert. So ist eine schnelle Sustain-Zeit und so habe ich einfach eine verlängerte Sustain-Zeit. Und kann dann in der Zeit auch wieder das, die Lautstärke anheben. Und die Lautstärke wird dann insgesamt über die gesamte Zeit, die ich hier angebe, wird, ähm, die hier erhöht. Das heißt, ich definiere in dieser Zeit, wie lange die Lautstärke braucht, wenn ich die jetzt hier ganz heftig anhebe, wie lange die Lautstärke braucht, um zu ihrem Maximum zu kommen. Und das gleiche habe ich auch hier bei der Attack. Wenn ich jetzt eine lange Attack-Time habe, sieht man das auch hier in der blauen Linie, wie die Lautstärke angehoben wird. Und zwar über einen langen Zeitraum. Und die Lautstärkenanhebung ist hier, wird hier ein Prozent angegeben. Das heißt, immer, ähm, anhand der aktuellen Lautstärke, die ich an der, in dem Moment hier habe, wird die halt einfach um, was haben wir hier, knapp 100 Prozent angehoben. Und auch wenn hier die Lautstärke dann abflacht, wird halt auch die abflachende Lautstärke dann immer um 100 Prozent angehoben. Oder ich mache das wieder kürzer, dann wird einfach ein kürzerer Bereich hier nochmal verstärkt. Das sind hier diese Attack- und Sustain-Time-Zeiten. So, und jetzt kann ich aber hier, habe ich hier noch Modulatoren und kann mit den Modulatoren natürlich auch noch mal was machen, nämlich die Attack-Zeit und die Sustain-Zeit nutzen, um zum Beispiel hier so einen Reverb zu triggern. Den habe ich hier zum Beispiel auch ausgemacht. Ich mache das hier mal wieder lauter, damit man das hört. Und könnt ihr zum Beispiel sagen, ich nutze die Attack-Zeit, um den Mix reinzudrehen. Und jetzt habe ich so einen kurzen Reverb noch drin. In der Zeit, in der der Attack, also diese gelbe Linie hier aktiv ist, wenn ich das ausmache hier. So. Und wenn ich jetzt die Time auch wieder vergrößere, also diesen Bereich hier einfach verlängere, was die Attack-Zeit betrifft, wird auch der Anteil des Reverbs höher. Das heißt, ich kann dieser Kick einfach noch ein bisschen Reverb hinzufügen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. An der Kick hört man das halt einfach schön. Und habe dann den Reverb auch schön unter Kontrolle, dass der nur in dieser Attack-Zeit stattfindet. Und eben durch die Modulation hier kann ich einfach sagen, wie viel. Ob das jetzt sehr viel ist. Ich kann das natürlich zum Beispiel auch ganz aufdrehen. Und dann braucht er halt diese Zeit, um, das sieht man hier auch schön, wenn ich das jetzt nochmal langsamer mache, wenn ich die Zeit verkürze, dreht er viel schneller auf. Wenn ich die Zeit verlangsame, oder verlängere, nicht verlangsame, brauche ich länger, um aufzumachen, um auch wieder zuzumachen. Zum Beispiel. Ich kann natürlich auch ein Tool nehmen und hier mit Volume oder Gain und Panning und der Stereobreite arbeiten. Das geht natürlich auch. Das heißt, mit den beiden Modulatoren kann ich alles, was ich hier in die FX-Chain reinpacke, auch modulieren. Jetzt habe ich das alles gemacht, ohne einen externen Signalgeber zu haben. Das heißt, ich bin jetzt einfach hingegangen und habe einfach gesagt, ich habe hier einen Track. Und ich habe hier jetzt extra nur so einen Kick-Drum-Track genommen, weil der halt am saubersten, am cleansten ist. Ich kann das natürlich auch mit jedem anderen Sample machen, das ich möchte. Das ist halt nur zum Hören ein bisschen schwieriger, was man da macht. Aber so die Details, die man hier mit dem Transienten-Control herausarbeiten kann, die sind halt dann doch teilweise sehr wichtig. Und jetzt kann ich das Ganze noch machen, zum Beispiel für einen Groove-Import. Ich kann mir so einen Trigger-Groove setzen und der würde zum Beispiel so klingen. Vielleicht das Ganze noch ein bisschen schneller auf Originalgeschwindigkeit. Und der Groove gefällt mir einfach ganz schön. Und ich habe jetzt aber zum Beispiel einen eigenen Groove gebaut oder ein eigenes Drum-Set. Und das klingt so ziemlich mechanisch, robotermäßig und ich hätte gerne was von diesem Groove hier drin. Auch wenn das komplett unterschiedliche Rhythmen sind, kann ich trotzdem diesen Groove so ein bisschen hier importieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Trigger-Groove-Track, lustige Worte, den Trigger-Groove-Track hier angebe als Sidechain und ich hier noch nichts groß eingestellt habe, so hätte ich jetzt nichts eingestellt, beziehungsweise ich habe hier den Mix runter gedreht und kann jetzt einfach nochmal zurückstellen, was ich hier eingestellt habe und drehe jetzt zum Beispiel den Mix hoch. Im Moment hören wir den Original-Track, den ich hier gebaut habe, sehr robotermäßig. Und jetzt drehe ich den Mix hoch mit dem Groove von dem anderen Beat. Und habe jetzt schon so ein bisschen dadurch, dass ich in der Sustain-Seite in der Lautstärke so ein bisschen runtergehe, kann ich vielleicht weniger auffällig machen, habe ich dann schon so ein bisschen einen Groove drin, der aus einem anderen Beat-Track quasi kommt. Und das Gleiche könnte ich jetzt zum Beispiel auch mit dem Attack machen. Oder in die andere Richtung, wenn ich es etwas weniger hart haben möchte. Oder mit dem Peak, dann wird das Ganze ein bisschen nervöser. Aber bei einem Groove-Import würde ich doch eher den RMS nehmen, damit das nicht so extrem nervös ist. Und kann mir da einfach so einen ganz sachten Groove-Import bauen. Muss dann anhand von den Drehreglern dann einfach rauskriegen oder reinhören, das ist für jeden Groove anders, ab wann ich diesen Groove einfach dann auch habe. Und mit dem Mix-Regler kann ich dann nochmal gucken, okay, so hört sich das Original an. Und so hört es sich dann mit einem Groove-Import an. So, das war es auch schon mit dem Transienten-Control. Im Prinzip ist es ein relativ einfaches Device. Vielleicht dann nochmal die Anzeigen nicht wegmachen. Im Prinzip ist es ein relativ einfaches Device. Man sieht an diesen beiden Displays, wenn ich das nochmal hier laufen lasse, man sieht schön an diesen beiden Displays, was diese Attack- und Sustain-Seiten sind und kann die hier auch schön visuell einstellen. Und hier unten sieht man dann auch nochmal, ob irgendetwas verstärkt, in dem Falle abgeschwächt wird, oder wenn ich das hier umdrehe, wie dann die Signale dann auch verstärkt werden. Wenn ich hier zum Beispiel für den Attack das nochmal machen, dann habe ich das in beide Richtungen zum Beispiel. So, das ist eine wunderbare visuelle Darstellung von allen Parametern, die ich hier unten habe. Kann man sich nochmal in Erinnerung rufen und wie gesagt, dann eben auch so einen Groove importieren. Das war es. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Ideen geben und ihr fangt jetzt an fröhlich irgendwelche Grooves zu importieren von irgendwelchen anderen Beat-Loops und habt da eine Menge Spaß. Schreibt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen, was ihr da tut und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017